Hallo Freunde der Sonne und herzlich Willkommen zu diesem nächsten Video. Ja, ich habe heute mein Currently Reading für den Monat März für euch. Ich möchte euch die Bücher vorstellen, die ich momentan lese. Es sind insgesamt fünf Stück, also ich glaube eines mehr als den letzten Monat. Mal gucken, ob ich alles schaffe. Ich mache mir da gar keinen Stress. Ich wollte euch die Bücher trotzdem mal zeigen, weil es bisher wirklich keines gibt, was mich nicht überzeugt. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich bei zwei davon noch nicht sehr weit fortgeschritten bin. Da kann ich also noch nicht allzu viel sagen. Aber ich bin sehr gespannt, was dieser Lesemonat für mich bereithält. Wenn ich fertig bin, wird es natürlich auch ein Video dazu geben. Da werdet ihr wieder mein abschließendes Fazit dazu hören. Aber jetzt stelle ich euch erst mal direkt die Bücher vor. Wir legen direkt los. Und zwar mit einem Buch, bei dem ich tatsächlich erst zwölf Seiten fortgeschritten bin. Das ist natürlich so gut wie nichts. Aber es hatte mich von der ersten Seite an. Es ist außerdem ein Buch, von dem ich nicht dachte, dass ich mir das zulegen werde. Zumindest nicht in naher Zukunft. Ich habe das schon in einem Video vorgestellt. Und zwar in dem Video, wo es um die besten Bücher für den Monat Februar ging. Es handelt sich um The Only Story von Julien Barnes oder die einzige Geschichte auf Deutsch, glaube ich. Dieses Buch wollte ich mir eigentlich nicht kaufen. Da wollte ich noch warten, wie gesagt. Aber als ich in Florenz war, habe ich einen kleinen Buchladen entdeckt. Und da stand dieses Buch bei den Mängelexemplaren. Und es hat nur zwölf statt 24 Euro gekostet. Da dachte ich, hey, ich nehme es mit. Zumal es auf Englisch ist und ich sowieso mal wieder auf Englisch lesen wollte. Problem daran ist, ich bin ultra langsam. Ich habe wirklich gemerkt, ich habe so lange nicht mehr auf Englisch gelesen, dass ich komplett raus bin. Das ist ein bisschen nervig. Ich möchte es aber trotzdem durchziehen und vielleicht jetzt auch in naher Zukunft wieder mehr auf Englisch lesen. Weil ich finde, das geht gar nicht, dass ich das so gut wie nicht mehr kann. Also ich habe eigentlich immer gerne auf Englisch gelesen. Aber wenn da so eine lange Zeit dazwischen liegt, man kommt echt ein bisschen aus der Übung. Ja, worum geht es hier? Der Klappentext gibt nicht allzu viel her. Und ich kann euch natürlich noch nicht allzu viel darüber sagen, weil ich eben noch nicht so weit bin. Es soll hier um die einzig wahre, wichtige Frage gehen. Und zwar darum, ob es besser ist, geliebt und dabei verloren zu haben. Oder nie geliebt zu haben. Und dabei wahrscheinlich logischerweise nicht verloren zu haben, weil man so nicht verlieren kann. Ja, worum geht es hier? Es geht um Paul, der in einem Tennisclub Susan kennenlernt. So weit bin ich momentan. Zwischen den beiden herrscht von Anfang an eine gewisse Verbindung, obwohl noch gar nicht so viel passiert ist. Zumindest bis dahin, wo ich gelesen habe. Es ist bei den beiden einfach so, dass er so sein kann, wie er ist und sie kann so sein, wie sie ist. Ja, und ich denke, das ist eigentlich das Tollste, wenn man einen Menschen kennenlernt, wenn das gegeben ist. Weil ich glaube nicht, dass das bei vielen Leuten hier draußen der Fall ist. Man hat immer ganz bestimmte Personen, bei denen das möglich ist. Aber allzu viele sind das aus meiner Erfahrung zumindest nicht. Deswegen fand ich das schon sehr schön beschrieben. Und ja, Paul erzählt hier aus der Ich-Perspektive, er geht 50 Jahre zurück. Damals war er, glaube ich, 19 Jahre alt. Also auf jeden Fall sehr jung. Das genaue Alte kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Und er sagt eben, hier geht es einfach nur um die Beziehung, um die Verbindung, die zwischen zwei Menschen herrscht. Es geht nicht um die Umgebung, es geht nicht um das Wetter, es geht nicht um die genaue Zeit. Es geht einfach nur um diese zwei Menschen. Der Rest ist egal. Und das ist halt auch der Fokus dieser Geschichte. Ein so toller Schreibstil, der einen wirklich direkt trifft und ins Herz geht. Ja, deswegen freue ich mich wirklich unheimlich darauf. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, an das Englische wieder. Aber ich hoffe, ich komme jetzt auch ganz gut rein und bin dann vielleicht auch einen Ticken schneller. Ansonsten brauche ich halt auch länger. Das ist auch nicht schlimm. Aber mein erster Eindruck von diesem Buch ist bisher sehr gut. Ja, dann geht es weiter mit einem Buch. Da bin ich schon etwas weiter. Bisschen mehr als die Hälfte habe ich gelesen. Das war übrigens ein Tipp von einer Zuschauerin von mir. Da möchte ich mich auch bedanken. Leider weiß ich deinen Namen gerade nicht. Aber vielleicht fühlst du dich ja angesprochen. Und zwar ist das von Nora Roberts, Das Haus der Donner. Ja, von Nora Roberts habe ich bisher noch nichts gelesen. Ich habe es zugegebenermaßen auch immer mehr so in die Kitsch-Roman-Abteilung gestellt. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das war der Grund, warum ich bisher nicht dazu gegriffen habe. Und ich habe in irgendeinem meiner Videos gefragt, ob jemand eine Lektüre kennt, die in Florenz spielt. Ich war ja eben erst vor kurzem in Florenz. Und ich wollte in der Zeit einfach ein Buch lesen, was dort spielt und was mich auch hinterher an diesen Ort zurückversetzt. Und das schafft dieses Buch auf jeden Fall. Also die Atmosphäre ist sehr gut getroffen. Ich fühle mich zurück nach Florenz versetzt. Es ist wirklich sehr schön beschrieben. Es ist ja eine Mischung aus Krimi und Liebesgeschichte, würde ich sagen. Sehr spannend. Also ich bin auch gespannt, wie die Auflösung hier ist. Hier geht es um Miranda. Sie ist eine Kunstexpertin. Sie prüft Statuenfiguren auf Echtheit und ermittelt ihren Wert. Sie wohnt in Maine zusammen mit ihrem Bruder Andrew, der mit seinem Leben eher nicht so gut zurechtkommt. Und ja, sie wohnen gemeinsam in einem Haus, das sie von ihrer Großmutter geerbt haben. Und ja, dort arbeitet sie auch an einem speziellen Institut, was sich eben auch mit dieser Thematik, die ich gerade beschrieben habe, beschäftigt. Eines Tages wird sie auf dem Nachhauseweg, beziehungsweise kurz bevor sie ihre Wohnung betritt oder ihr Haus betritt, überfallen. Sie kann den Täter nicht identifizieren, weil er auch maskiert ist. Und er stiehlt ihre Handtasche. Sonst bleibt sie aber überwiegend unversehrt, bis auf ein paar Prellungen. Sie ist natürlich in dem Moment geschockt, möchte aber gar nicht großartig darüber sprechen, zumal sie auch direkt eine neue Aufgabe bekommt. Ihre Mutter ruft sie an. Sie hat ein Institut in Florenz, was sich ebenfalls mit Kunst beschäftigt. Und sie bittet Miranda nach Florenz zu reisen, weil eine neue Statue aufgetaucht ist, die auf Echtheit geprüft werden müsste und dessen Wert ermittelt werden müsste. Miranda bucht daraufhin direkt ein Ticket nach Florenz und schaut sich die Statue genauer an, kommt zu einem gewissen Ergebnis, das aber recht zügig angezweifelt wird. Dadurch riskiert sie natürlich zum einen ihren Ruf, aber auch den Ruf des Unternehmens. Und ihre Mutter ist eine sehr unsympathische Person. Sie ist sehr egozentrisch, meiner Meinung nach. Ihr geht es nur um ihr Unternehmen, wie sie selbst dasteht und deshalb schickt sie Miranda zurück nach Maine. In Maine angekommen, lernt sie dann einen Ryan kennen, einen Ryan Boldari, der eine Galerie besitzt, eine sehr bekannte Galerie. Er ist an einem Kunsttausch interessiert. Dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall sehr deutlich, dass es Menschen gibt, die Miranda nicht gerade Gutes wollen. Es passiert noch einiges mehr. Das heißt, man muss selbst auch aufschlüsseln, was genau hier dahinter steckt. Das ist sehr spannend. Und dann natürlich auch diese Liebesgeschichte, die sich hier entwickelt. Sie verspürt eine gewisse Anziehung gegenüber einem Protagonisten, bei dem man aber leider auch nicht so genau weiß, wie gut er ihr gesinnt ist. Mir gefällt dieses Buch bisher sehr gut. Atmosphäre 1a, wie gesagt. Die Geschichte ebenfalls sehr spannend. Das kann ich also auch unangeschränkt bisher empfehlen. Weiter geht es mit einem Buch, bei dem mir nur noch 50 Seiten fehlen. Ja, es handelt sich um die Blutlinie von Cody McFadden. Ich habe das in meinem Video zur Bücherbörse vorgestellt und habe da auch gefragt, ob jemand Bücher gemeinsam lesen möchte, von denen, die ich dort gezeigt habe. Und die liebe Alina hat sich dann bei mir gemeldet und wir haben beschlossen, dass wir das gemeinsam lesen. Das hat auch super geklappt. Also wir haben uns das immer schön eingeteilt, am Wochenende ein bisschen mehr gelesen, sonst immer so 50 Seiten pro Tag. Ich war immer ein bisschen langsamer als sie, aber ich glaube, alles in allem hat das sehr gut geklappt und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und wir waren uns auch durchgehend einer Meinung. Wir waren sehr begeistert von diesem Thriller. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich glaube, allzu viel sollte nicht mehr passieren, obwohl ich hier auch nicht ganz sicher wäre, weil diese Geschichte geprägt von Wendungen war, die ich so nicht erwartet habe. Aber erst mal von vorn, worum geht es hier? Es geht hier um einen Serienkiller, der sich als direkter Nachfahre von Jack the Ripper sieht und ja, seinem Namen sozusagen alle Ehre machen möchte. Die Morde, die hier passieren, sind grausam. So was muss man abkönnen, wenn man dieses Buch lesen möchte. Es wird auch sehr detailreich beschrieben. Ich habe das auch bei Instagram gezeigt und ja, die meisten waren von dieser Reihe sehr begeistert oder von diesem ersten Band. Es gab aber zum Beispiel auch eine Stimme, die meinte, ja, mir war das auch echt ein Tick zu krass und das kann ich auch nachvollziehen. Vor allem, weil es sich durch die detailreichen Beschreibungen und auch durch den Schreibstil sehr nah anfühlt, was das Ganze noch erschreckender macht. Wer ist an diesem Fall dran? Hauptsächlich unsere Protagonistin Smokey Barrett zusammen mit ihrem Team. Ja, Smokey Barrett ist eine FBI-Agentin, deren Geschichte wir direkt zu Beginn dieses Buches erfahren. Und ich war sehr überrascht, dass sie eine solche Geschichte hat. empfinde sie als sehr starke und besondere Person, was für mich dieses Buch auch absolut lesenswert gemacht hat. Vor allem auch die anderen Charaktere, also die anderen Figuren aus dem FBI-Team waren so gut gezeichnet von Cody McFerty. Jeder Einzelne hat was ganz Eigenes und man schließt die Protagonisten einfach komplett in sein Herz. Das hat er hier sehr gut geschafft. Und sogar die unsympathischen Protagonisten. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt einen bestimmten Herrn, der wirklich alles andere als sympathisch ist und trotzdem mag ich ihn. Ich mag das komplette Team. Was ich hier auch sehr toll finde, ist, dass Cody McFerty zu Beginn dieses Buches geschrieben hat, dass er vom Buch Das Leben und das Schreiben von Stephen King inspiriert wurde. Und das habe ich ja den letzten Monat gelesen. Das war absoluter Zufall, aber ich liebe ja solche Referenzen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze endet. Für mich war das ein sehr guter Thriller und ich bin überzeugt davon, dass ich auch die restlichen Bände dieser Reihe lesen möchte. Jetzt musste ich hier einen kleinen Cut machen, weil mein Kameraakku leer war. Aber wir machen einfach direkt weiter. Und zwar mit einem Buch, was ich euch bei meinem Vlog in der Buchhandlung gezeigt habe. Ich hatte ursprünglich vor, ein anderes Buch zu kaufen. Das habe ich euch dort ja auch gezeigt. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Ich werde das vielleicht in so einer Infokarte verlinken, wenn ich das hinbekomme. Ansonsten setze ich es in die Infobox. Ja, das ist leider nichts geworden. Das werde ich mir irgendwann bestellen müssen. Aber ich hatte ein zweites Buch im Kopf. Ich wollte ja direkt in der Buchhandlung dann auch ein bisschen lesen. Da gibt es ja ein ganz tolles Café, in dem man das gut machen kann. Also in der Buchhandlung. Das ist das Tolle daran, finde ich. Und mein Freund war ja auch mit dabei. Und dann haben wir uns hingesetzt, direkt angefangen zu lesen. Weiter bin ich nicht gekommen, weil die Blutlinie Vorrang hatte. Aber ich habe schon das erste Kapitel gelesen. Und zwar ist das ein Buch, was wahrscheinlich auch schon so gut wie jeder mittlerweile gelesen hat. Nur ich noch nicht, so gefühlt zumindest. Von Mona Kasten, Begin Again. Ja, der erste Teil der Again-Reihe. Er wurde mir jetzt so oft gezeigt, dass ich dachte, okay, es wird Zeit. Es ist natürlich ein New Adult Roman, aber ja, für mich immer das Perfekte zwischendurch. Das lese ich auch mal ganz gerne. Hier geht es um Ellie. Ellie zieht in eine neue Stadt in Oregon, was ich übrigens traumhaft finde. Oregon ist so ein schöner Bundesstaat, deswegen fühle ich mich hier direkt wie zu Hause. Und die Uni beginnt bald. Sie beginnt ein neues Leben in Freiheit sozusagen. Als sie nämlich noch zu Hause gewohnt hat, wurde sie von ihrer Mutter immer bevormundet. Sie hat ständig gesagt bekommen, wie sie sich zu verhalten hat. Und endlich ist sie auf sich allein gestellt in einer neuen Stadt und kann von vorn beginnen sozusagen. Das einzige Problem, was sie jetzt noch hat, ist, dass sie eine neue Wohnung finden muss. Ansonsten sitzt sie auf der Straße. Sie hat schon zahlreiche Wohnungsbesichtigungen hinter sich und es kommt eigentlich nur noch eine einzige Wohnung in Frage, sonst hat sie ein Problem. Ja, diese Wohnung gehört einem Caden White und er sucht einen neuen Mitbewohner. Sie stellt sich ihm vor und dieser Caden White ist wirklich alles andere als sympathisch. Er ist wirklich in riesen Volldottel, oberflächlich bis zum Gehtnichtmehr, richtig schlimm. Er sieht sie einfach nur an von oben bis unten und sagt, ja, dir gebe ich die Wohnung nicht. Tschüss, hier ist die Tür. Sie ist aber wohl anders als die anderen Leute, die er sonst so kennenlernt. Sie widerspricht ihm. Sie geht gegen ihn vor. Das ist er so nicht gewöhnt und deshalb ist er auch relativ überrascht von ihrem Verhalten. Das Glück ist dann tatsächlich doch auf ihrer Seite. Sie bekommt die Wohnung durch einen Zufall. Wenn man von Glück hier sprechen kann, ergibt sich nämlich weiterhin unmöglich. Er stellt Regeln auf. Er sagt ihr, was sie in der Wohnung zu unterlassen und zu tun hat und sie muss sich unbedingt dran halten, sonst funktioniert das nicht. Ich fand ihn jetzt in diesen ersten Seiten wirklich absolut bescheuert. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf dem Klappentext steht hier auch, dass sich wohl hinter dieser Fassade noch einiges mehr verbirgt, was sie bald herausfinden wird. Und ja, mal sehen, wie diese Geschichte verläuft. Ich werde im Lesemonat mehr dazu erzählen. Das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist ein E-Book. Und zwar habe ich seit kurzem ein Amazon Kindle, was ich nie gedacht hätte, weil ich mich immer dagegen ausgesprochen habe. Ich werde da aber bald ein Video dazu drehen. Da werde ich das Kindle zum einen genauer vorstellen und ich werde auch darüber sprechen, was mich dazu motiviert hat, doch eins zu holen. Und ja, was für mich so die Vor- und Nachteile sind. Da wird es ein ausführliches Video geben, weil ich bei Instagram gemerkt habe, dass die Nachfrage da doch recht groß ist, weil einige von euch auch noch so am Überlegen sind. Und ja, da dachte ich, das könnte ein paar von euch interessieren. Es hat sich ganz gut angeboten, dass ich dieses Kindle dann hatte. Also es war auch eher so Zufall. Und zwar bin ich auf eine junge Autorin aufmerksam geworden. Ihr Name ist Ney Skitscher. Ich werde das hier auch irgendwo, ja, vielleicht in die untere Ecke schreiben oder sonst in die Infobox. Und sie hat angeboten, dass sie ein paar Leuten kostenlose E-Books zur Verfügung stellt, damit die Leute das auch rezensieren. Und ich habe mir dann durchgelesen, worum es in den beiden Büchern geht, die sie vorgestellt hat. Und eines davon hat mich besonders angesprochen. Und zwar ist das Als das Leben mich aufgab. Übrigens ein wunderschönes Cover. Ich hoffe, ihr könnt es hier jetzt sehr gut sehen. Wirklich traumhaft. Hier geht es um Mai. So nennt sie sich selbst. Sie weiß nämlich gar nicht genau, wie sie heißt. Das Besondere daran ist, dass Mai bereits tot ist. Zu Beginn des Buches befinden wir uns sozusagen im Himmel. Sie spricht mit einem Engel. Und der Engel sagt ihr, du hast deine Aufgabe auf der Welt noch nicht vollends erledigt. Dich bedrückt etwas. Du kannst mit dem Leben noch nicht abschließen. Früher hast du bestimmte Briefe an deine Angehörigen, an deine Freunde geschrieben, wenn dich etwas bedrückt hat. Du musst noch mal zurück auf die Welt und diese Briefe verteilen. Das finde ich von der Story schon mal toll. Sehr einfallsreich, sehr fantasievoll. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Aber Mai kommt dann zurück auf die Erde, erkennt einige Personen wieder. Und was ich jetzt schon sagen kann, man kann es ja beim Kindle sehen, ich bin ungefähr bei 20 Prozent des Buches. Es berührt mich so unfassbar. Ich saß heute auf meinem Sofa und habe den ersten Brief gelesen, den sie verteilt hat. Man muss dazu sagen, dieses Buch ist so gegliedert, dass es ganz viele Lektionen gibt. Zu Beginn jeder Lektion steht auch ein kleiner Spruch, eine kleine Lebensweise, würde ich sagen, die mir jedes Mal sehr gut gefallen hat, bei der ich auch finde, dass jeder etwas für sich mitnehmen kann. Also es ist wirklich sehr bereichernd. Und zwischen diesen Lektionen gibt es eben immer diese Briefe, die wir dann auch zu lesen bekommen. Und dieser erste Brief hat mich so aus der Bahn geworfen, ich saß auf dem Sofa und habe einfach nur angefangen zu heulen. Das habe ich nicht oft. Das habe ich wirklich nicht oft. Also es hat mich persönlich eben auch sehr angesprochen. Man braucht vielleicht da auch eine gewisse Nähe dazu. Ich muss mich gerade auch wieder zusammenreißen, weil ja, das war wirklich sehr, sehr gut. Dieses Buch schafft es meiner Meinung nach eine gewisse Tragik, was die Thematik an sich ja mit sich bringt, mit etwas sehr Schönem zu verbinden. Ich finde diese Vorstellung, dass man den Hinterbliebenen noch letzte Worte mitteilen kann, einfach sehr schön. Die Idee ist super. Mir gefällt dieses Buch bis jetzt unfassbar gut. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich auch mehr Bücher von unbekannteren Autoren lese, von Autoren, die vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit haben, weil es gibt so viele Gute da draußen, wie für mich dieses Buch auch bis jetzt auf jeden Fall beweist. Es lohnt sich wirklich auch, auf diese Autoren einen genaueren Blick zu werfen. Ich kann es bis jetzt sehr empfehlen und ich bin so gespannt, hier weiterzulesen. Ich glaube, ich werde da noch die ein oder andere Träne verdrücken. Da muss ich dann einfach durch. Ich möchte wissen, wie es weitergeht und möchte hier auch ganz klar mein großes Lob aussprechen. Sie ist eine ganz junge Autorin, die wirklich viel Aufmerksamkeit verdient hat, was ich jetzt hier von den ersten Seiten sagen kann. Guckt da mal vorbei. Schaut mal, ob euch ein Buch von ihr interessiert. Ja, es gibt so viele tolle Autoren da draußen. Man muss wirklich mal darauf hinweisen. Ich werde euch im Lesemonat natürlich genaueres zu den Büchern erzählen, vor allem zu den Büchern, bei denen ich jetzt noch nicht allzu weit fortgeschritten bin. Da wird es dann auch noch mehr zu erzählen geben. Und mich würde wie immer interessieren, ob ihr schon etwas davon gelesen habt. Womöglich schon, weil ja auch recht bekannte Werke da dabei sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!